Österreichs Raucher in der Aschenbecher in der Hofburg, der Amtsinhaber, der Präsidiale Lord Siegel, Bewahrer der Korruption in Österreich, rät allen Menschen Zähne zusammenbeißen gegen die Teuerung. Also, Zähne zusammenbeißen, wenn der Exekutor vor der Türe steht, Zähne zusammenbeißen, wenn man das Doppelte für Lebensmittel zahlt, Zähne zusammenbeißen, wenn man sich die Stromrechnung nicht mehr leisten kann. Ja, das alte dritte Kaugelbiss des Amtsinhabers hat leicht reden, denn es ist mit 25.000 Euro Gold im Monat 14 Mal im Jahr vergoldert. Das klapprige Gebiss, das von einem Fettnapf in den anderen wandelt. Aber auf der Spur des Rest der politischen Eliten ist Karl Nehammer, Psychopharmaka und Alkohol gegen die Krise. Werner Kogler, weniger duschen und stinken gegen die Krise. Und Weltministerin Gewessler schaltet halt einfach die Heizung ab. Ja, das erinnert all das ein wenig an Marie Antoinette. Wenn das Volk nichts mehr zu fressen hat, dann gebt ihnen Kuchen. Das Ende von Marie Antoinette ist bekannt. Kopflos rannte sie durch die Geschichte. Angesichts der Äußerungen der heutigen Eliten kann man nur mehr Hirnlosigkeit diagnostizieren. Hirnlosigkeit, Abgehobenheit. Menschenverachtender Zynismus. Einer politischen Elite, die wie die Made im Speck am Steuertropf hängt. Wie Parasiten das Volk ausbeuten und sich über das Leid eines Landes lächerlich machen. Pfui. Pfui. Vielen Dank.